Hallo Leute, da aktuell wieder Zeckenhochsaison ist, wollte ich ein Video machen, wie ihr am besten Zecken bei eurem Haustier vorbeugen könnt und wie zu handeln ist, wenn euer Hund oder eure Katze eine Zecke mit nach Hause bringt. Vielleicht hat es selbst von euch einer schon mal eine Zecke gehabt. Zecken sind kleine spinnenartige Käfer, sage ich mal in Anführungszeichen, und sie gehören zur Gattung der Milben. Insgesamt gibt es über 900 verschiedene Zeckenarten, überall auf der Welt und auch in Deutschland sehr weit verbreitet. Zecken sind ungefähr ab ca. 7 Grad Celsius aktiv. Also im Winter werden sie eher weniger anzutreffen sein, aber Frühling, Sommer, Herbst, das sind die Zeiten, wo die Zecken am häufigsten anzutreffen sind. Man findet sie überall, wo es grün ist, also im Gras, Wäldern, überall. Früher hieß es, ja, man holt sich nur eine Zecke, wenn man durch die Wälder streift. Aber heute können auch schon die Zecken im eigenen Garten vorhanden sein. Da Zeckenbisse auch sehr gefährlich sein können, z.B. sie übertragen sehr viele Krankheitserreger wie Boreolose z.B. und können auch tödlich enden, ist es ganz wichtig, dass man versucht, die Zecken weitgehend vorzubeugen. Also da sollte man auch schon gut aufpassen, genauso wie bei Freigängerkatzen, da aufmerksam sein und auch das Feld nach Zecken möglichst absuchen. Man hört vom Tierarzt oder man findet auch im Netz sehr viele Infos und Möglichkeiten, wie man am besten Zecken abwehren kann. Und ich möchte euch die Methoden näher bringen, die meiner Meinung nach am besten sind. Ich bin der Meinung, man sollte es immer zuerst homeopathisch versuchen, bevor man zu Chemiekeulen greift, wie z.B. Spot-on oder Zeckenhalsband beim Hund. Da hilft z.B. Bierhefe sehr gut beim Hund und auch bei der Katze. Man tut immer ein bisschen Bierhefe ins Futter streuen. Das hat eben den Effekt, dass die Zecken die Hunde und die Katze nicht richtig mehr riechen können und sie auch deswegen nicht mehr befallen oder bzw. viel weniger befallen. Es gibt viele Tierbesitzer, die nur mit Bierhefe sehr gut zurechtkommen. Die schildern auch, dass ihr Hund oder ihre Katze seitdem keine einzige Zecke mehr hatte. Natürlich, es gibt auch andere, die sagen, ja, Zecken gab es trotzdem. Aber als allererstes würde ich das versuchen. Das ist auch sehr effektiv. Nero hat vielleicht im Jahr drei Zecken seitdem und davor hat er immer so 10, 14 nach einem Spaziergang. Also das ist auch schon ein Unterschied. Wenn Bierhefe allerdings bei Katzen nicht wirkt, gibt es immer noch die Möglichkeit, so Spot-ons aufzutragen. Das sind so tröpfchenartige Mittel, die man beim Tierarzt bekommt. Ein bekanntes ist z.B. Frontline. Davon gibt es aber verschiedene Meinungen. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so überzeugt davon. Teilweise wirkt es schon, teilweise wirkt es auch nicht. Also wenn es auch wirkt und sonst nichts anderes hilft, dann würde ich auch lieber das Zeug auftragen, anstatt einen Stich von der Zecke zu riskieren, die dann entsprechend krankheitsbedingt oder tödlich enden kann. Die beste Methode zur Vorbeugung bei Zecken bei Katzen ist z.B. einfach immer absuchen, wenn die Katze nach Hause kommt. Also vor allem in der Kopfgegend, um die Ohren, da sollte man ganz gründlich schauen. Bei einer Katze ist es noch einfacher wie beim Hund, schon allein von der Masse her und auch vom Fell vor allem. Da immer drauf achten und dann schauen, ob man so Buckel auf der Haut fühlt, weil das sind auch sehr starke Anzeichen, die auf eine Zecke hindeuten. Bei Hunden gibt es zur Zeckenabwehr jedoch mehr Möglichkeiten. Z.B. kann man auch neben Bierhefe Kokosöl ins Fell streichen. Die sollen genau dasselbe wie Bierhefe bewirken, dass die Zecken eben den Hund nicht mehr richtig riechen können und sie dadurch auch nicht mehr den Hund befallen. Es gibt auch viele Spot-ons für Hunde. Also z.B. Advantix ist auch ein recht gutes, was auch zuverlässig hilft. Aber auch selbst da, es gibt sozusagen kein einziges Zeckenmittel, was wirklich 100% hilft, manche helfen, manche nicht. Das ist wiederum ganz individuell. Oft hängt es auch damit zusammen, welche Zecken in eurer Gegend sind, weil in jeder Gegend herrschen unterschiedliche Zecken. Das sollte man auch berücksichtigen. Wenn diese Spot-ons auch nicht helfen, kann man zu einem Zeckenhalsband greifen. Da würde ich euch aber empfehlen, das Kalibor-Halsband zu nehmen, weil es Meinung nach noch das beste Zeckenhalsband ist. Also die Besitzer schildern, dass sie dadurch wirklich immens weniger Zecken aufzuweisen haben. Das ist natürlich etwas teurer als die Billigzeckenhalsbänder. Es wirkt aber auch definitiv besser. Dann gibt es auch noch eine Impfung gegen Boreolose z.B. Ich habe es bei Nero die erste Mal gemacht, weil ich habe mich vom Tierarzt zuquatschen lassen. Aber wenn man sich darüber genau informiert, ist der Hund nicht auf alle Boreolose-Arten geschützt. Das heißt, das sollte man auch abwägen, ob diese Impfung Sinn macht, weil sie auch zum einen sehr kostenaufwendig ist. Das wäre jetzt bei mir nicht das Problem. Aber das ist natürlich auch eine Belastung, wenn der Hund mit so viel Chemie vollgepunkt wird. Es gibt auch noch Bärensteinketten, die gegen Zecken helfen sollen. Aber ich bin davon nicht überzeugt, weil auch von vielen Berichten, das hat ja eher nicht so die Wirkung gehabt. Also das Sicherste ist beim Hund auch, ihn nach jedem Spaziergang auf Zecken abzusuchen. Vor allem da um die Schnauzenregion, da um die Ohren, Palz, Brustbereich und natürlich auch die Pfoten. Also da tun sich auch sehr gerne Zecken reinhängen. Wenn ihr aber bemerkt, dass sich eine Zecke schon bei eurem Haustier eingesaugt hat, solltet ihr sie auf jeden Fall so schnell wie möglich entfernen. Sehr gut geeignet sind dafür natürlich Pinzecken oder auch Zeckenzangen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal das direkte rausziehen und bei der anderen Variante dreht man die Zecke raus. Ich persönlich drehe die Zecken raus, weil dadurch ist mir noch kein Zeckenkopf abgebrochen. Und beim Ziehen ist mir schon zweimal passiert, dass der Kopf noch mit drin geblieben ist. Das war natürlich nicht so toll. Klar, vielleicht ist es bei anderen genau andersrum. Wie gesagt, das kann man nicht pauschalisieren. Das ist eben nur meine eigene Erfahrung, wie ich da kundtue. Ganz wichtig ist es, dass ihr die Zecke wirklich vom Hautansatz an rauszieht. Also nicht die Zeckenzange oder die Pinzette irgendwo in der Bauchgegend von der Zecke reinhängen, sondern wirklich am Ansatz an, da wo sich der Kopf eingehakt hat. Wenn ihr euch aber unsicher seid mit Zecken ziehen, traut euch das nicht zu, dann geht da auch zuerst mal zum Tierarzt und lasst es euch zeigen, wie das auch richtig gemacht wird. Dann wisst ihr auch in Zukunft, wie ihr das am besten in Hand zu haben habt. Viele Leute sind auch verunsichert, wenn eine Zecke gebissen haben. Zurecht natürlich, weil die denken sich ja immer, hat er jetzt wirklich eine Krankheit übertragen oder nicht. Am Anfang ist es ganz wichtig, Ruhe zu bewahren. Beobachtet euren Hund oder eure Katze, verhält er sich auffällig, ist er euch übermüdet, will nicht mehr so viel aktiv sein. Oder was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist zum Beispiel, wenn sich um den Zeckenbiss so ein roter Kreis gebildet hat, da solltet ihr auf jeden Fall einen Tierarzt aufsuchen, schnellstmöglich, damit man eben die Folgen rechtzeitig auch beheben kann. Als Fazit möchte ich euch mitgeben, passt gut auf das Haustier auf. Untersucht es immer nach einem gemeinsamen Spaziergang oder wenn die Katze von ihrem Freigang zurückkommt. Versucht es zuerst mit einfachen Mitteln, wie zum Beispiel Bierhefe. Das ist in den meisten Fällen sehr effektiv. Und wenn das nicht hilft, könnt ihr immer noch zu den anderen chemischen Zeckenmitteln greifen. So, ich hoffe euch, ich konnte euch mit meinen Ratschlägen ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr sie mir sehr gerne stellen. Auch einfach in die Kommentare reinschreiben, ich würde sie dann definitiv beantworten. Wenn euch das Video auch gefallen hat, könnt ihr es auch sehr gerne bewerten. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Ciao Leute!